Ich bin jetzt seit nahezu 30 Jahren in der Herzchirurgie. Ich habe zu einer Zeit angefangen, als es vorwiegend herzchirurgische Methoden gab, um Herzerkrankungen zu heilen. Ich habe Methoden kennengelernt, die vielleicht heutzutage nicht mehr so populär sind. Heutzutage neigt man zu minimalinvasiven Eingriffen, zu interventionellen Eingriffen. Ich habe diese Hochzeit der Herzchirurgie noch miterlebt. Und auch die Chance, die wir bekommen haben, Patientenleben zu retten und auch neues Leben zu geben. Ich habe über die vielen Jahre dieses Fach lieben gelernt und versuche im Grunde immer noch, alles Mögliche diesem Fach weiter Sinn zu geben, weiter vorwärts zu bringen und auch dem Patienten zu helfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017